Ich war heute einkaufen im Subgräber Getränkmarkt und ab heute gibt es überall in Deutschland das pinke Red Bull, die Spring Edition Waldbeere und für meine Live Reaction macht jetzt das Plus weg auf TikTok oder folgt mir auf Insta und ja für die Live Reaction und folgt mir auf abonniert mein Channel und Youtube für die Live Reaction morgen wie das neue Red Bull schmeckt sehr gespannt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020